und herzlich willkommen zurück zum super mario maker immer noch in der 100 mal herausforderung auf normal heute folgen die letzten acht level von diesem durchgang die machen wir auch alle auf einmal vielleicht mit glück the three trails auch gott die weg den weg ab ob ich mag dich nicht ihr könnt mich alle mal das kann schon ein bau da verfolgt mich die grieche angst sachen gibt es ist so was los geht immer so ein bisschen angst dass ich übersteuer so japaner ach komm was hat er sehr schön wie ist einer hier gestorben ich hab's nicht so ich hätte mal gleich weiter springen wollen ok so ab alle ja ich weiß nach dem zweiten sprung soll ich am besten schon direkt weitergehen alles klar ich habe gerade keine ahnung was hier los ist aber offensichtlich ist das scheiße also erwarten bis sie alle runter ich glaube ich warte aber bisher herunterfallen so aus und schön einfach verschwindet doch einfach und ich schrei noch halt ich wollte eigentlich anders springen so ok um was euer auftritt auf niemals wieder gesehen so kommt ja so niemals rüber kann ich so hoch springen warte mal nee das wird so nix ach warum sind die jetzt schon wieder da was machen die hier gehen nach hause habe ich nicht eingeladen ich muss auch versuchen ne oh god was wie soll ich nicht wüsste hä bin ich dumm wie soll ich denn da weiter kommen soll ich unten weiter ok ich muss da unten unten durch ok ich muss oben irgendwie drüber ich warte mal die nächste phase ab da höre ich den brenner so das level muss ich jetzt fertig machen weil ich habe das ende schon gesehen soll wieder eine phase abwarten zu früh losgelaufen tut mir echt leid leute das tut mir echt leid oh man kommt ihr gummas ja haut alle ab so 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 phase ja ja so man ist da ein pülszeug mhm so so es ist wie du es nicht so sieht es aus sternchen für fleiß und weil jetzt die teilen sich ja auf aber ja komplett vergessen ist also noch mal natürlich ist da so ich laufe einfach hinterher so sieht es aus ich habe zeit miss das geht warte mal ja wohl Fosch, wie ne Läufer. So, Sternchen. Und Weiz. Und in Level 12. Mario likes to race. Das hast du dir sicherlich ausgedacht. Hä? Oh. Hä? Wie? Habe ich, ne. Hm. So. Ich laufe hier weg. Und dann, ja. Wow. Was ist das denn? Oh, no. Probably gemein. Das machen wir nochmal. So. Gib Gas. So. So. So, dann komme ich jetzt hier rein und muss dann Vollstoff Ich treffe immer Soll ich da mal abwarten? Ich weiß nicht genau, was ich da So, und gib Gas So, hopp 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 So, wenn ich jetzt mal versuche, da abzuwarten So So Weg Oh Gott Das war cool Das hat mir Das fand ich gut Dann legen wir mal wieder eins, das ich wirklich gut fand So Level 13 Touch Fuzzy Get Dizzy Remix Hä? Okay Ungeduld Ist Furchtbar Oh Halt 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 Nein Verdammt So So Mampftih weg Äh, meins Halt, das wollte ich auch gar nicht Sekunde, Mist, nein Der muss mit Äh, okay Den haben wir ja noch LSD 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 Ich habe nix geblickt, gar nix mehr Es war vorbei Joshi, Mann, komm doch mal mit Du hast Hunger Das war nicht geplant, das tut mir sehr leid Ach Hass Macht sich in mir breit Mein Joshi ist cool Wo-pa-pa-pa-da-da-da Äh, uah Geh mal weg da So Wann denn da oben die Joshi Kommt hier nicht mehr raus Doch So, die schalten sich dann ja aus Okay, wa Nehme ich mit Für einen extra Hit Na, jetzt komm mal mit Jawohl Ähm Wo kann man hier hin War das da? Ne, das war nicht da Oh Ah, ne Feuerblume Oh ja Hier muss wieder oben raus Na gut Von mir aus Oben raus Hop Hop So LSD LSD So Ah wondering Dat ist Fantastisch Oh 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 crap joshi muss hier warten ist war so ein reflex dass ich zl gedrückt habe deswegen naja gut ständchen für den lsd trip und reiz der da noch drei mann mal gucken rufs nack nüdel die dac hat folgendes für uns natürlich was trinken nicht mein bier sowas ja zur äußerste ecke war schon gut ja warum nicht gibt ein fleisch sternchen fleiß sternchen nicht fleisch sternchen fleisch ternchen und level 15 somebody sommer trampolin von handy that will come in handy natürlich so soll hier nach oben kommen alles nur wie ist hier irgendwas da ist ein dünster da ist eine tür komme ich da rein auf normalen wege nicht okay ich habe ja ein trampolin brauche ich denn dieses trampolin was soll ich soll nach oben jetzt komme ich denn nach oben ich nehme es mal mit Ach, du Kacke. Und haja! Mist. Das kann's ja nicht sein. Nee, das kann's nicht sein. Derber, derber, derber. Mist. Der Kollege ist damit ja nicht gemeint, ne? Nö. Ach, vielleicht ja. Hä? Soll ich dem was da hinlegen? Hat der was davon? Äh, uh, probieren geht aber studieren, nehmt mal. Derber, derber, derber. So, hier ist das Trampolin, ne, wahr? Halt, die Pär. So, jetzt kann ich aber... Kann ich das nach oben werfen? Nee, ich kann das nur zur Seite werfen. Halt! Ah, so eine Scheiße. Nochmal. Also... Mal mal Pils. So, Trampolin hier. Was kann der Herr Bombomb denn mit diesem lustigen Trampolin anfangen? Was ist da gerade rausgeploppt? Eine Feder. Okay. Mit dieser Feder komme ich aber, glaube ich, da hinten weiter. Das dauert zu lang. Ich wollte jetzt noch dieses... diese Runde hier fertig kriegen und dann Golden Revenge. Oh, naja. Eine Runde durchmachen und dann wärst das auch für den heutigen Part. Was ist das denn? Soll ich denn da... Jo! Was? Und zum Geier soll ich denn da... Was? Hä? Ah, warte mal. Hä? Hä? Mist. Ich glaube, das... Das ist der Key dazu, glaube ich. Also nochmal. Ich nehme mir diesen Pils. Warte hier im Moment, damit diese Koopas da... So, dann schau mich hier mal um. Und dann falle ich da runter. So sieht es nämlich aus. So funktioniert das. Also nochmal. Ich schnappe diesen Pils. Diesen Pils. Springe ich dann da rüber. Jetzt habe ich mich auf die Flamme geachtet. So eine Kacke. Also... Ich hole mir diesen Pils. Den Pils werde ich ganz groß. Kann ich ein bisschen rumhampeln. Dann sind da die lustigen Koopas. Die lassen mich dann hier hoch. Oh, Kacke. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ich merke das schon. Scheiße. So. Pils. Koopa Jump. So, Frage ist, wo soll ich denn damit hin? Wo soll ich denn damit hinspringen? Hä? So, ich kriege hier... In diesem Ding komme ich dann... dahin? Aha. Ah, okay. Okay. Wo ist das? Oh, Mann. Oh, weh, ja. Mist! Da war ich eingesperrt. Ey, da muss doch jetzt noch klappen hier. Also. Dings da. Boomster. Jetzt hab ich natürlich bei dem Viech nicht auf Start gedrückt, weil ich ein Depp bin. So. Nochmal. Entschuldigung, war grad irritiert. Uuuup! So, alles egal. Hauptsache Stern. Stern. Hopp. 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 Und Depp. Hopp. 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 Ich beiß hier da noch irgendwo rein. Komm schon. Ich weiß nicht, was los ist. Korre! Mal gucken, was Korre bedeutet. Wow. Okay, okay. Nix Gutes. Nix Gutes. Fuuuck. Lass mich in Frieden. Nein! Ich muss da hoch. Nein! So. Ach, schön. Davon bitte gerne mehr. Nicht vorwiegend, aber mehr. So, und das große Finale bietet uns heute Joe mit Steeleride. Okay, ich glaub dir ein Auto. Okay, ich soll da rein. So, mit diesem Auto fliege ich dann nach links oben. Wo ich erstmal den Deckel kriege. Okay, hier ist schon mal... So ein Dingin. Halt. Wo kommen wir denn da hin? Halt! Bäh. Boah, vorausgeschossen. Hey, ich brauch mir doch nur ein Auto klauen. Also nochmal. Darin. Der nehme ich dank der An- und mit. Dann nehmen wir den Kollegen. So. Hmm? Hmm? Oh, 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 oh. Da kann ich es mir leisten hier mal eben nachzugucken, da ist ein, eine Feder. Mäh. 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 Äh. Okay, nochmal so ein ... kann ich da nicht unten rein? Offenbar nicht. Wo kommen wir jetzt hin? Mhm. Hallooo. Die Feder scheint wichtig zu sein. Aber ich war schon alleine, so. Puh. jawohl ich habe wieder blöd angestellt mein gott ja aber sie redet und die schuldigen für diesen rundgang spencer danny rissler ben justin emily emily max toffer das ging aber joda jonas milz im manos rava lkps und show und diesmal freigeschaltet haben wir melinda aus animal crossing new leaf da da wird was gespielt am stern bekommen kriegt auch ein stern für das war's okay acht sterne habe ich jetzt ich freue mich also dann war es das für den heutigen durchgang und ich beim nächsten mal geht es dann weiter vielleicht auch mal schwierig aus ich weiß ja nicht so recht wo ich mich noch aufs normal so dumm anstelle aber naja vielen dank für's zusehen heute und bis zum nächsten part Tschüss.